NDR in Tenbaum NDR in Tenbaum NDR in Tenbaum Joe Farrell spielt Saxophon und Flöte Stanley Clark den Bass Ayato Moreira die Drums Und natürlich sitzt dann Klavier und Rhodes Chick Corea Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Musik 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 Das Chicoria-Quartett im NDR Jazz Workshop von 1972. Gleich auf NDR Info die Nachrichten, danach mehr Musik aus diesem Konzert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020